So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokemon Go und das ist das zweite Video für heute. Wir haben eben das mit den 400 Freunden rausgehauen. Ich bin mal gespannt, ob schon ein paar Anfragen von euch da sind. Das sehe ich jetzt aber nicht, weil das ist jetzt nicht mein Account. Das ist jetzt der Account, um den es gerade geht. Und letztens Thomas, Snakesoft haben da ein bisschen rum experimentiert, haben da mal einen Account hochgezogen innerhalb von sechs Tagen von Level 1 auf Level 40. Den haben wir dann verlost. Grüße gehen nochmal raus und ein Dankeschön an Snakesoft und Thomas. Also vor allem an Thomas, der ja den Account gespielt hat natürlich und der den dann bereitgestellt hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Er hätte den ja auch bei Ebay einfach verkaufen können. 40er Account, bitteschön, nehmt. Aber er hat gesagt, hier kannst du verlosen an die Community. Ist eine feine Sache. Der Andrang bei sowas ist natürlich immer sehr groß. Und wir lassen uns ja immer sehr interessante Dinge einfallen. Wer noch damals Stefan Landei kennt, der hat ja auch Road to Level 40 gemacht mit einem Account. Und No Gym hieß der einfach, der No Gym Account, der kein Team hatte, der keine Raids gemacht hat, kein gar nichts, aber Level 40 geworden ist. Jetzt hat der Sören auch sowas gemacht. Kennt ihr den Sören? Sören, Sören, Löffler, Azubi, Harry Potter, The Postman, wie auch immer. Ja, irgendwo werdet ihr bestimmt schon mal was davon gelesen haben. Sören hat auch öfters mal einen kleinen Einblick gegeben, wie weit er mit seinem Account ist. Jetzt ist er auch Level 40 mit seinem Account und war auch so freundlich und hat gesagt, hier den Account darfst du verlosen. Deshalb erstmal riesen Dank an Sören, ne, The Postman, an den Azubi, dass der hier auch diesen Account bereitstellt und was der Account hat und kann und wie auch immer. Kommt weg vom Denken, hä, ich will hier einen super Account, gib mir mal was Gescheites. Viele sind trotzdem dankbar. Ein Account, der kein Team hat, so wie der, der hat natürlich, kann natürlich keine Raids machen. Das heißt, ihr werdet darauf keine Raid-Pokémon finden. Was alles zu Raid-Pokémon zählt, das überlasse ich euch jetzt mal selbst. Aber ich möchte euch zuerst mal zeigen, wie der hier aussieht, wie der heißt. Der heißt nämlich gerade No Team 240, also kein Team 240. Ist Level 40, hat jetzt 322.000 von 6 Millionen, hat 111 Freunde, läuft hier mit einem Tangela rum, Level 40, 93%. Woher weiß man das denn? Denn ohne Team kann man auch nicht bewerten. Wir können uns mal hier die Sachen angucken. Der wurde am 7.09.2020 gestartet. Der ist, soweit ich weiß, legit gespielt. Sören ist ein ehrlicher Spieler. Der hat den wirklich so mit, äh, mit Kraft seines Amtes, hat er den hochgezogen. Da ist nix von, in 6 Tagen Level 40, fertig, bam. Das ist halt noch Handarbeit, noch Handgearbeit da, als Thomas Handarbeit. Weil Thomas betreibt ja auch Handarbeit, aber... Werden wir nicht so, äh, ausschweifend, was das Thema angeht. Wir gucken jetzt einfach nur hier gelaufene Kilometer. 35, gefangene Pokémon 1300, besuchte Pokéstopps 5300. Gesamt EP 20,3 Millionen. Startdatum habt ihr hier. Der hat die Woche an sich nichts gemacht. Da ist noch ein Ei drin. Hier habt ihr ein paar, ähm... Arena-Orden. Da könnt ihr immer mal sehen, wo der so unterwegs war. Lauterbach, ne? Lauterbach. Wer mit Sören befreundet ist, der weiß ja, die Geschenke kommen immer aus Lauterbach. Hier habt ihr die, äh, Medaillen alle ein bisschen. Könnt ihr euch mal angucken. Ein paar sind angefangen, ein paar sind fertig. Da sind ein paar Goldmedaillen drauf. Das sind Silberne, das sind Bronzene. Ähm... Was will man sagen? Level 40 ist Level 40, ja? Viele schaffen es nicht mal in der Zeit mit Team und mit Raids auf die 40. Das ist trotzdem eine Leistung. Bevor jetzt wieder irgendjemand kommt mit, voll langweilig, äh, der hat ja gar nichts. Ähm... Versteht einfach mal den Aufwand auch dahinter, der betrieben wird. Der hat hier also noch ein paar Leute dabei. OneDeathMonkey sehe ich hier. Wer sind denn die Besten? Wer ist denn hier am heftigsten dabei? Wir können uns mal kurz die besten Freunde da angucken. ThePostman, OneDeathMonkey, Katrina Muerto, Lavendelfrosch, Lilzis, Baggino Powell, Frosch, Lucky Grinch, Mr., The Mrs. Pulverschnee, so rum, Pustekuchen, Rhönmaus, Spassa, Camino, Gio, Vical, Jelinek. Und dann sind die Besten schon weg. Deswegen hören wir jetzt lieber auf. Aquarina Girl. Auf jeden Fall interessante Namen dabei. Ähm... Wie sieht es denn hier aus, wenn wir mal auf die Forschungen gehen? Wir sind jetzt hier. Da könnte man Feldforschungsdurchbruch abholen. Hier haben wir legendäre Jahreszeit. Da sind noch ein paar Items drauf. Ihr könnt hier noch ein paar Aufgaben machen. Ihr habt hier eine schillende Ablenkung. Da habt ihr also noch ein paar Encounter drauf. Ihr könnt da noch direkt was abholen. Habt da noch Staub. Habt da noch Erfahrungspunkte. Äh... Items sind auf 350 immer noch. Sind auch noch vier Glücks-Eier drauf. Da ist ein bisschen Rauch vertreten. Ihr habt den freien Raidpass und den Premium Raidpass. Ihr habt noch einen Super Rocket Radar. Ein Knursp ist noch drauf. Ihr habt noch ein paar andere Items mit dabei. Äh... Gekämpft hat er sicherlich nicht, oder? Gekämpft. Eins. Nö. Nicht weiter schlimm, oder? Kämpfen. Wer will denn schon kämpfen? Und wir gucken uns auch mal die Pokémon an, natürlich. Was der so hat. Wir gehen mal nach, äh... Nummeriert hier durch. Können da kurz mal gucken. 299 von 300 Pokémon. Vielleicht findet ihr hier irgendwas, was ihr interessant findet. Hier sehen wir einen Shiny Wulpix zum Beispiel. Da ist ein Krypto-Zubart. Hier ist ein Krypto-Dicta. Krypto-Enton. Abrakadabra. Simsalah ist da durchgewühlt. Ein richtig hohes Macholo. Okay. Bonita auch mit dem Stern dran. 100% Yugong. Viele von der Generation 1. Hier Krypto. Da ist sein Buddy natürlich, mit dem er läuft. Am Stern-Do ist auch ein Stern dran. Könnte ja nicht passender sein. Ein paar dicke Relaxo sind da am Start. Togetik. Togetik. Dummisel. Mantax. Panzer. Aero. Ein paar Kosilla. Lavitar. Zickzack. Trassler. Kapil. Zariyama. Nasgnetsch. Stolunior. Weilma. Senggo. Lidl Dieb. Die Formios. Ist da auch ein Regen dabei? Mensch. Ausgerechnet die Formios laden nicht. Was ist das denn? Jetzt wollte ich doch gucken, was hier. Palim, palim. Lass mal die Formios einfach aus. Cognodon haben wir noch am Start. Da ist noch ein Shiny. Häschen. Sehr interessant, dass das das erste Shiny war. Und jetzt gerade auch wieder ein Oster-Event ist. Hier habt ihr das dritte Shiny. Ein Shiny Pantimimi. Kann man auf jeden Fall nur brüten. Ist sehr selten. Er hat auch ein Krybuk drauf. Somniam. Hier. Karadonis. Graulon. Bazapf. Jetzt habt ihr tatsächlich schon gesehen. Shinies. Drei Stück. Wobei das natürlich das seltenste ist. Ihr werdet wieder nicht sagen. Ja, das ist ja jetzt nicht so krass. Andere Accounts haben da viel mehr. Vergleicht nicht immer Äpfel mit Birnen. Bleibt mal bei der Sache. Und was ganz Besonderes möchte ich euch zeigen. Wenn wir nämlich mal vier Sterne eingeben. Weil ihr könnt ja nicht bewerten. Falls euch das immer noch nicht. Ihr könnt nicht bewerten, wenn ihr kein Team habt. Wir haben hier trotzdem ein 100%. Yugong. Wie er das herausgefunden hat, weiß ich nicht. Natürlich, wenn man vier Sterne eingibt. Das sieht man da. Und wir haben ein 100% Krypto-Dicta. Also das ist auf jeden Fall auch selten. Muss man dazu sagen. Habt ihr ein 100% Krypto-Pokémon? Ihr seht, hier ist keine Funktion mit Bewerten. Es gibt kein Bewerten. Es gibt kein gar nichts. Wir haben hier direkt Favorit. Ich wollte vorhin das bewerten. Um zu gucken. Hä, passt das? Hab immer so auf Favorit gedrückt. Hab ich dann gewundert. Hä? Wieso hat's denn jetzt nicht bewertet? Bis ich selber gecheckt hab. Ach, der hat ja kein Team. Da kann der doch gar nicht bewerten. Also geht man zurück. Aber dafür sage ich auch immer in den Spotlight-Stunden. So wie heute Abend auch dann. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr einen 100er bekommen habt in der Spotlight-Stunde. Gebt einem ja vier und Sternchen ein. Dann zeigt euch das alle 100er an, die ihr habt. Und wenn da eben eins dabei ist aus der Spotlight-Stunde. Heute Abend mit Haspiror. Dann seht ihr das ja. Wenn nicht, dann nicht. Ihr müsst nicht jedes einzelne bewerten. Also das wären die Pokémon, die hier drauf sind. Derjenige, der den kriegt, der kann den ja natürlich aktiv bespielen. Derjenige hat noch eine komplett freie Teamwahl. Er kann sich aussuchen. Team Gelb, Team Rot, Team Blau. Das ist meistens sogar die wichtigste Entscheidung. Wenn ihr einen Account kriegt, der schon ein Team hat, wie den vom letzten Gewinnspiel, da könnt ihr nicht mehr entscheiden. Bei diesem habt ihr auch einen 40er. Mit dem könnt ihr auch Pokestops einreichen. Ihr könnt aber noch komplett euer Team wählen. Und dann könnt ihr entweder als Zweiter kommen. Wenn ihr einen Gelben habt, noch einen Gelben. Und dann könnt ihr zwei Gelbe euch gegenseitig unterstützen. Oder ihr nehmt entsprechende Gegenfarbe. Dass, wenn ihr euch mal in der Arena setzt, ihr euch selbstständig auch wieder rausholen könnt. Und könnt trotzdem in Raids gemeinsam miteinander kämpfen. Eine Freundschaft zu eurem anderen Account aufbauen. Ist also eigentlich eine feine Sache. Wir packen euch das nochmal hier hin. Trainercode steht auch dabei. Ich glaube, den Trainercode, den brauchen wir eigentlich nicht, oder? Jetzt editet den eh keiner mehr, sozusagen. Und es gibt natürlich noch wichtige Bedingungen und Regeln, was man dafür machen muss, um den Account zu gewinnen. Erstens, heute ist Dienstag. Heute, das ist das Gewinnspielvideo. Das kommt heute hier raus. Wie immer ist es so, dass ihr unter dieses Gewinnspielvideo einen Kommentar schreibt. Unter diesen Kommentaren, die hier gepostet werden, wird dann ausgelost. Euer Kommentar beinhaltet erstens euren Ingame-Namen. Euer Ingame-Name, euer Level, euren Trainercode. Ist immer gut, den Trainercode mit anzugeben, um euch zu verifizieren, authentifizieren, identifizieren, wie auch immer. Und so hätten euch manchmal noch Leute. Also schreibt mal eure Angaben rein, euren Ingame-Namen, euer Level, euren Trainercode. Und dann gibt es einen Hashtag, wie immer. Hashtag zeige ich euch jetzt. Haben wir uns schön ausgedacht. Drücke ich einmal hier. Hashtag wird sein, Azubi, the Postman. Weil, wie gesagt, sein großer Account heißt ja, nehmen wir hier nochmal, the Postman. Und weil er ja mal Azubi, Harry Potter hieß, habe ich erst so gedacht, Azubi for life. Und dann habe ich gedacht, komm, wir machen den Azubi, the Postman. Da hat das einen doppelten Bezug. Hashtag Azubi, sir. Ihr seht, das E ist eine 3. Dann Postman, das P ist groß. Und das ist kein O, das ist eine 0 bei Postman. Ich sage es euch extra dazu, denn es ist wirklich wichtig, dass ihr den Hashtag richtig schreibt. Dass ihr auf Groß- und Kleinschreibung achtet. Und dass der überhaupt in dem Kommentar mit dabei ist. Und die, die keinen Hashtag drin haben, die werden gar nicht berücksichtigt. Und die, die einen Hashtag haben, aber ihre Angaben nicht gemacht haben, die werden nicht berücksichtigt. Ihr könnt jetzt also einen Kommentar schreiben mit Hashtag Azubi, the Postman. Mit eurem Ingame-Namen, eurem Level, eurem Trainer-Code. Und dann könnt ihr noch, ihr habt ja noch Platz. Ihr könnt dazu schreiben, eure Meinung über diesen Account. Findet ihr den Account interessant? Oder welches Team würdet ihr wählen, wenn ihr den gewinnen würdet? Würdet ihr den Blau, Gelb, Grün, Rot machen? Und was habt ihr damit vor? Sollt ihr euch unterstützen? Und euer gleiches Team sein? Sollt ihr das gegnerische Team sein? Und euch aus den Arenen zu holen? Wollt ihr damit einfach nur Sachen einreichen? Oder würdet ihr den bei Ebay verkaufen? Schreibt mal rein, was ihr für lustige Ideen habt mit dem Account. Ihr habt wieder Zeit bis Montag. Montag, 20 Uhr, wieder Chill mit Ramses, der Livestream. Da werden wir uns wieder zusammensetzen, gemütlich, chillen, Videos gucken. Und 21 Uhr am Montag im Chill mit Ramses Livestream ist dann die Verlosung. Wo wir dann eben wieder über diesen Random Comment Picker alle Kommentare einfließen lassen. Und dann wird wieder gezogen wie in einer Lostrommel. Gestern hat es auch einen erwischt. Das war dann der Jonas Z. Der hat den Level 40er Account gestern bekommen. Wer nicht dabei war, kann ja nochmal nachgucken. Wir hatten trotzdem viele, die kein Hashtag geschrieben haben. Oder viele, die nicht alle Angaben gemacht haben. Achtet da wirklich drauf. Ich rede klar und deutlich, hoffe ich, für euch. Aber die meisten schreiben nur drunter. Ich will, kriege ich den? Damit gewinnt man dann im Endeffekt natürlich nicht. Aber genau so ein Kommentar kann gezogen werden. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Dankeschön also an Sören. Danke an alle anderen. Der Marco will da auch noch was vorbereiten. Vom Soko habe ich da auch noch was da. Also das wird ein heftiger April. Im Endeffekt können wir im April jede Woche einen Account raushauen, um euch reich zu beschenken. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.